Eat your Bible Mit Josias Burger und Chris Strauch Hoi Josias. Hallo Chris. Ja, ich sehe dich heute mit Sommerfrisur, eigentlich passend jetzt, wo sich ja das Wetter wieder langsam eingebendet hat. Da habe ich gerade gedacht, jetzt kommt die Sonne, jetzt muss ich schauen, dass ich ein bisschen kürzere Haare habe, sonst haltet man es nicht aus. Hey, am Wochenende noch, es hat geregnet und geregnet, tageweise und da ist immer, wenn es so regnet und ich bin noch richtig München gefahren, habe dort überall so auf den Zugfahrt noch reissende Flüsse gesehen, ist mir so Tarche Noa in den Sinn gekommen. Ja, gell, man redet auch von sinnflutartigen Regenfällen und das wäre in dem Fall schon ein zu passendes Bild gewesen für das, was wir da erlebt haben. Und so Tarche Noa ist etwas gewesen, was mich als Kinder immer fasziniert haben, natürlich auch wegen diesen vielen Tieren, von jedem Tier zwei Stück natürlich. Männlich-weiblich und ich als Tierfanatiker habe diese Geschichte natürlich geliebt. Das ist auch eine Geschichte, die heute noch, also sie fasziniert einfach und auf verschiedenen Ebenen. Auch Kinder, kleine Kinder können diese Geschichte, die finden einen Anknüpfungspunkt, Erwachsene wieder, es ist sehr vielschichtig. Und eben, du hast gesagt, Arche Noa, es ist fast eine archetypische Geschichte, also so etwas Urmenschliches, hat mit einer urmenschlichen Erfahrung zu tun und wenn es dann so regnet wie verrückt, dann kommen einem so Sachen in den Sinn. Aber jetzt Hand aufs Herz, Josias, glaubst du, dass es die Arche Noa gegeben hat? Ja, das ist natürlich bei jeder biblischen Geschichte, kann man sagen. Ist es jetzt genau so passiert und der Mose hätte da wirklich so, dass das Meer teilt, dass es so meterhoche Welle gegeben hat, links und rechts? Oder ist es halt so gewesen, dass es halt ein bisschen der Wind, ein starker Wind gewesen ist und dann dort das Schilfmeer ausgetrocknet hat? Und auch bei Arche Noa hat es jetzt wirklich so fest geregnet, dass es wirklich ganz Land unter gewesen ist. Es gibt schon historische Anhaltspunkte, dass es so eine Sintflutgeschichte gegeben hat. Also man redet ja dort davon in dem Gebiet der heutigen Türkei, dass dort wirklich einmal ein Riesenteil überflutet worden ist. Und die Sintflutgeschichte für die Menschen, die dort gewesen sind, ist wirklich eins zu eins real gewesen. Ja, ich glaube, da gibt es noch ein Delta, das ausgetrocknet ist. Also das heisst, das Meer ist übergeschwappt. Ja, genau. Es gibt ja auch irgendwie Forscher, glaube ich im 2010, Chinesen und Türken, die Überrasch gefunden haben von der Arche Noa. Das sind das Beweisen mit alten Seilen und Holzstücken, die sie gefunden haben. Das ist natürlich dann auch so. Du hast mich gefragt, glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist denn gewonnen, wenn man es jetzt kann beweisen? Also wenn man jetzt hier sagen kann, man hätte die Holzstücke gefunden von dieser Arche Noa. Ändert sich etwas daran im existenziellen Zugang zu dieser Erfahrung? Oder ist vielleicht nicht so die entscheidende Frage, ist es jetzt genau so gewesen oder nicht? Und glaubst du, dass es genau so gewesen ist mit diesen Details und so und so lange war die Arche und so weiter? Ist das hilfreich oder geht es um die Frage, um die Grunderfahrung, die da drinsteckt? Ist das nicht noch wichtiger als die Frage, ist es jetzt genau so passiert oder nicht? Sondern was machen wir mit dieser Grunderfahrung, die da drinsteckt? Mit diesen Sintflut-Erfahrungen, die wir im Leben haben? Und mit diesen Regenbogengeschichten, mit diesen Versöhnungsgeschichten, die es eben auch gibt? Können wir da etwas aus dieser Geschichte lernen für unser Leben und hat es also in dem Sinn einen existenziellen Bezug zu unserem Leben? Aber wer hat denn diese Geschichte übermittelt? Kann ich nur Noa selber gewesen sein oder sind ich Nachfolger? Weil alle anderen Menschen sind ja um das Leben gekommen. Ja, da könntest du sogar noch weiterführen fragen. Also könntest du diese Geschichten vorher, vor dem Noa, also zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte, Wer hat denn die eigentlich geschrieben? Also wer ist dabei gewesen? So, wer hat sie geschrieben? Da gibt es schon Antworten. Aber ist es ein Augenzeuger, das dabei gewesen wäre? Und da kann man sagen, ja, ist niemand dabei gewesen. Und vielleicht ist es auch die, die das aufgeschrieben haben, von dieser Sintflut-Geschichte. Das sind vielleicht nicht Augenzeuger gewesen, sondern im Nachhinein. Es ist ja vieles im Alten Testament, muss man wissen, ist einfach zuerst einmal mündlich überliefert worden. Das hat man so erzählt und immer weiter erzählt und noch niemand hatte die Idee, dass man das aufschreiben müsste. Das ist ein späteres Phänomen und irgendwann hat man dann gefunden, jetzt müssen wir die Geschichte dann auch festhalten. Aber dann sind wahrscheinlich gleich so ein bisschen Legende entstanden. Eben aus einem überschwemmten Gebiet in der Türkei ist jetzt auf einmal die ganze Welt untergegangen. Ja, also es gibt ja auch in anderen Religionen, also ich glaube im Gilgamesch-Epos, wenn es mir recht ist, ugaritisch ist das, gibt es auch die Sintflut-Erzählung. Also das ist so eine Erinnerung an so eine Sintflut-Erfahrung, ist in verschiedenen Religionen vorhanden. Das ist schon so. Aber es gibt natürlich auch, wenn du die Bibel nachschaust. Ich habe vorhin Mose erzählt, kam mit dem Schilf mehr oder jetzt auch beim Noah. Es gibt ja auch dort in dieser Geschichte, es ist auch in dem Sinne vielschichtig, es gibt auch dort verschiedene Schichten drin. Zum Beispiel, du hast gesagt, es sind zwei Tiere. Also immer ein Pärchen ist ausgewählt worden. Aber dann merkt man, wenn man den Bibeltext genau liest, es gibt noch die andere Sichtweise drin, dass es eben sieben Paar waren. Die sind, weil mindestens von denen, wo man auch hat können, damit ich nichts Falsches sage, von den reinen Tieren, hat man dann glaube ich sieben Paar gehabt oder von den unreinen. Ich kann es nicht mehr sicher sagen, auf jeden Fall hat man ja auch nicht zum Opfern etwas gebraucht gehabt. Und dann siehst du, es sind also schon zwei Sichtweisen schon dort drin verwoben. Und auch beim Mose, beim Schilfmeer sieht man, einmal heisst es von dem Wind, das dann quasi das Meer zurückgedrängt hat. Und das andere Mal ist dann schon wieder so das Ausgeschmückte daran, dass da richtig hohe Wasserwellen gehabt hätte, also das Meer wie gespalten worden wäre. Es hat so verschiedene Schichten, Sichtweisen schon im Bibeltext drin, wenn man das genau untersucht. Hat sich Jesus eigentlich auch auf das Alte Testament berufen? Also hat er auch von diesen Geschichten erzählt? Jesus hat eigentlich noch recht wenig Geschichten vom Alten Testament erzählt. Er hat mehr neue Geschichten geschrieben oder erlebbar gemacht oder erlebt mit seinen Leuten, die mitgekommen sind. Und er hat Gleichnis genommen, also aus dem Alltag. Er hat quasi die Situationen aufgeriffen, die diese Menschen erlebt haben und hat sie wie zu einem Symbol gemacht, zu einem Gleichnis für Gottes Reich. Natürlich hat er hin und wieder Bezug genommen. Er hat einmal auf den David Bezug genommen, wo die Jüngeren am Sabbat essen wollten. Er hat auch hin und wieder einmal zitiert aus dem Alten Testament. Er hat den Hinweis gemacht auf der Jonah. Aber so, dass er jetzt die Geschichten aus dem Alten Testament im grossen Stil erzählt hat, das steht einmal nicht im Neuen Testament. Können wir uns einig werden, wenn ich sage, das Alte Testament bleibt irgendwo ein Geheimnis? So, wie wir Menschen etwa ein Geheimnis bleiben, sogar für uns selber. Und Gott sicher auch ein Geheimnis bleibt, aber nicht einfach ein Rätsel. Ich fände es einfach schwierig, das ist eine Tendenz, das hat man auch gemacht, dass man gesagt hat, okay, das Alte Testament, das interessiert uns nicht mehr gross, dort ist der rächende Gott, mit dem haben wir abgeschlossen, das lassen wir auf der Seite. Und jetzt im Neuen Testament, da ist der Gott vor Liebe. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Und nur schon wegen Jesus, wo du gesagt hast, Jesus hat die Verbindung hergestellt, vom Alten zum Neuen Testament. Er hat Bezug genommen, auch in der Bergpredigt, hat gesagt, es ist euch gesagt worden, hasst eure Feinde und jetzt sage ich euch noch als Ergänzung, liebt eure Feinde. Also er ist so wie das Bindeglied und man kann nicht einfach das Einten entsorgen und sich dann nur am Neuen zuwenden. Sonst schneidet man wie die Wurzeln ab und dann versteht man nicht das Ganze. Aber das ist auch so der Wendepunkt, der für mich bis heute unbegrifflich ist. Zuerst Auge um Auge, Zahn um Zahn und nachher heisst es, liebt eure Feinde. Also das ist eine Zeitenwende, wenn man das Wort wieder mal ins Mund nehmen will. Und das ist auch eine Zeitenwende, die irgendwie angefangen hat mit dieser neuen Zeitrechnung nach Christus. Aber das ist ja noch lange nicht in Tat umgesetzt, sondern das ist auch Zukunftsvision. Es ist vielleicht auch etwa mal Utopie und hart noch seiner Vollendung. Wir sind am Schaffen dran. Wir sind am Schaffen dran und es braucht uns da dazu. Also das ist nicht etwas, Gott will sein Reich mit uns verwirklichen und nicht ohne uns, nicht über unsere Köpfe hinweg. Und wenn wir an den Regenbogen denken, oder der Regenbogen ist ja ein Zeichen, wo auch heute ganz verschiedene Bewegungen sich sozusagen auf Fahnen malend oder auf Fahnen schreibend. Es ist ein Zeichen, ein wichtiges Zeichen und in dem Fall ist natürlich an den Kriegsbogen gedacht. Also der Bogen ist ja wie ein Vielbogen und hat eigentlich diese Form, aber hat ganz eine andere Farbe. Und Gott hängt jetzt sozusagen seinen Kriegsbogen, wo die Feindschaft quasi zwischen den Menschen und Gott zum Ausdruck gebracht hat. Oder der Zwischend hängt er jetzt an den Nagel oder in die Wolken. Und jetzt ist das, jeder Regenbogen ist eine Erinnerung daran, das Versöhnungsgeschehen. Und dass es die Menschen braucht und dass ein anderer Weg möglich ist. Der ist da, der Teppich ist ausgerollt. Und du musst nur noch gehen. Und manchmal hat es auch einen Topf voll Gold am Handy vom Regenbogen. Wenn man Glück hat. Ah, schöne Geschichte, ja. Ja, wir haben es letztes Mal auch gehabt von Edelmetall. Du hast deine Bibel wieder mitgenommen, die einen sentimentalen Wert hat, mehr als Gold und Silber. Und jetzt bin ich gespannt, was für einen wertvollen Spruch du heute rauspickst. Ja, jetzt gehen wir an den Anfang. Ich schlage hier irgendetwas am Anfang auf, mit geschlossenen Augen. Und wir sind im Buch Genesis. Das ist das erste Buch der Bibel. Kapitel 27 und zwar der Vers 21. Da steht, da sprach Isaac zu Jakob. Tritt herzu, ich will dich betasten, mein Sohn, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Okay, heute machen wir ja so einen Gentest. Gentest hätte es heute noch nicht gegeben. Ich weiss nicht einmal, ob es nötig gewesen wäre, aber ja, Brüder sind natürlich sehr nahe verwandt miteinander. Genetisch sehr, sehr nahe. Aber das Problem von Isaac war ja, dass er nichts mehr gesehen hat, dass er fast erblindet ist. Und jetzt hat er sich halt nicht auf einen Gentest berufen können, sondern hat mit Tasten. Er musste sich hertasten sozusagen an diese Situation und herausfinden, wer jetzt genau von seinen Söhnen ihm da gegenübersteht. Und ist es der, der ihn dafür gehalten hat, also oder der ihm vielleicht auch vorgekaukelt wird, ist es der Esau, quasi sein Erstgeborener, sein Lieblingssohn, dem, der der Säge gehörte, oder hat sich jetzt da einer dazwischen gedrängt? Ist das eventuell der Jakob? Und der Jakob ist der falsche Sohn gewesen? Ja, falsch. Er wäre einfach der Zweitgeborene gewesen. Er hat nicht das Erstgeburtsrecht in Anspruch nehmen dürfen. Das hat der Mesa auch gehört. Aber das ist jetzt natürlich genau die Situation. Jetzt sind wir jetzt mitten in einer Geschichte drin, wo der Jakob sich mit einer List, das Erstgeburtsrecht, sich unter die Nägel reisst. Also Medaille haben wir letztes Mal gehabt, wo er sich die Goldmedaille holt. Und das passiert genau in dem Moment. Genau in dem Moment. Also es dämmeret da am Vater noch nicht, am erblindeten Isaac, dass die vertuscht haben, dass da eine List angewendet wird. Aber irgendetwas anderes. Irgendetwas ist ihm nicht gehör. Sonst würde er da nicht so genau tasten. Können wir genau Trickbetrüger in den Sinn? Heutzutage, oder? Oder die riechen und sagen, die sich als Enkel oder als Sohn ausgeben und dann nach Tausende von Franken abgarnieren. Das ist ein ganz ähnliches Phänomen, oder? Man muss da wirklich vorsichtig sein. Und wenn man da über das Ohr gehauen wird, also etwas Unschöneres kann man sich fast nicht vorstellen. Da wird auch die Schwäche von jemandem ausgenutzt. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie da. Dort werden vielleicht bei Eltern Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen oder schnell in Schrecken versetzt werden können, wenn da Enkel anrufen und sagen, sie sind in einer Notsituation, dann wird das einfach gnadenlos ausgenutzt. Und da in dieser Geschichte wird eigentlich auch, dass der Blinde von diesem Isaac einfach gnadenlos ausgenutzt wird. Wie hat er es gemacht? Ja, er hatte noch seine Mutter, die ihm noch geholfen hat, jemand, der sich dafür stark gemacht hat. Und er war ja so ein Feiner, er war nicht so seine Haare, er war nicht so behaart, er war auch so ein Jäger, er war so richtig behaart. Und das war natürlich der Jakob nicht. Und dann haben sie eben den Trick gemacht, indem sie Fälle von Tieren genommen haben und haben ihm das auf die Arme getan, damit dann der Vater, der ihn nicht mehr gut sieht, das Gefühl hat, ah ja, behaart, ja, ja, ja klar, das ist der E-Sau. In diesem Fall kann ich den richtig segnen. Ja, das kommt mir auch so vor, wie so ein gutes Theaterstück. Eine Schmierenkomödie, hat man doch auch mal gesagt, oder? Ja, und das, was bei dir ausgelöst hat, das Lachen, oder? Also, das Schmunzeln. Es ist eben ganz die Frage, auf welcher Seite du stehst, oder? Also, beim Enkeltrickbetrüger ist uns ja wirklich klar, das ist Unrecht und wer dort auf dieser Seite steht, steht im Unrecht. Und die anderen sind die Betrogenen. Jetzt, da wird die Geschichte einfach so heiter und man ist fast ein bisschen stolz auf den Jakob, der da so betrogen hat, weil es ist eigentlich dann die Geschichte, und dann weitergeht über den Jakob, die läuft dann nicht weiter über den Esau. Und man hat sich die Liste, wo wir jetzt würden sagen, das ist moralisch verwerflich, ist da quasi wie eine Kriegsliste, wie Eidgenossen auch am Morgarten eine Kriegsliste angewendet haben, oder was auch immer, ist die Welt auch positiv gesehen und gar nicht negativ und entlockt sogar das Lächeln, ah, der hat das gut gemacht, der hat es gescheit gemacht, der hat den noch gut über den Tisch gezogen, und der hat ihn noch gut über die Ohre gehauen. Aber Jakob ist ja dann eine Schlüsselfigur gewesen, kann man sagen, es hat ja den Trickbetrug gebraucht. Ja, sonst wäre ja dann das nicht mit Jakob weitergegangen, sondern mit dem Esau. Und die Leute, die sich auf den Esau berufen haben, das ist ja dann das ganze Land Edom, und das ist auch wieder so eine Erfahrung, wie wir es vorher schon hatten, aus dem Nachhinein, versteht man die Geschichte. Aha, es gibt die Edomiter, die berufen sich auf der Esau, und es gibt das Israel, das beruft sich auf den Jakob. Das sind eine Art so Brudervölker, aber die haben doch ein bisschen Feindschaft, Konkurrenz, Rivalität ist da dazwischen, und über die eine Linie geht jetzt wirklich der volle Sägen, oder? Ein bisschen Sägen hat es schon auch noch dort beim anderen Volk, aber der volle, die Hauptlinie, quasi die Gewinnerlinie, oder wie man dem auch will sagen, die läuft jetzt über den Isaac und dann über den Jakob. Und wie ist es weitergegangen mit dem Jakob, ist ja schon nichts los davon gekommen. Der Jakob ist ja dann Israel genannt worden, ist dann quasi sein Kampfnamen gewesen, also Israel heisst eigentlich der Gotteskämpfer, oder sein Ehrennamen kann man auch sagen, also ich habe nicht will sagen non de guerre, also das habe ich nicht will damit andeuten, aber nachher hatten die zwölf Söhne und das sind dann die zwölf Stämme von Israel worden, also das ganze Volk hat sich eigentlich dort wie vor Augen schon. Aber eben, es ist eine Liste dahinter. Es ist eine Liste dort drin und das ist nicht gut gewesen und das hat Folgen gehabt und das hat, also der Jakob ist nicht einfach so mit dem durchgekommen, das hat er noch lange gespürt und da hat er noch lange zu tragen an dieser Liste, also es ist nicht einfach so nachher weitergegangen, aha, der hat jetzt listig, wie er war, hat er sich jetzt das unter den Nagel gerissen und dann ist gut und adieu, tschüss mit dem Esau. Nein, nein, da ist dann noch einiges gekommen, das er noch zu beissen hatte, der Jakob. Also so einfach ist er nicht durchgekommen. Also von oben? Ja, also Gott hat ihn dann auf eine Wanderung geschickt, er musste flüchen, er musste vom Esau flüchen, weil er ihn tot schlagen wollte. Und das Schöne ist, nach dieser langen Irrfahrt von Jakob, fast schon Odyssee, könnte man sagen, viele Jahre im Ausland, als er dann zurückgekommen ist und dann quasi wie gelütet war, dann gab es eine Versöhnung mit dem Esau. Und da sind wir auch wieder beim richtenden Gott, er hat es nicht einfach so geschehen lassen. Das ist auch, wir haben ja auch ein System, das man aufs Recht beharrt und nach unserem Recht dann Leute auch verurteilt. Ja, und dort probiert man ja fair zu sein und eine Strafmassnahme soll ja auch dienen, dass man wie mindestens in der Schweiz resozialisiert wird, also wieder zurück ins soziale Gefüge kann kommen, wieder dürfen Nachbar sein von jemandem, ohne dass die Nachbarn sich fürchten vor einem. Dieser Prozess passiert ja da auch und ich will jetzt nicht sagen Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber immerhin wird dem Jakob vor Augen geführt, wie es ist, wenn man überlistet wird, weil er wird dann im Ausland von seinem eigenen Onkel auch überlistet. Er wird auch dort über das Ohr gehauen, also er muss es am eigenen Leib dann erleben, sich quasi hineinversetzen, wie das seinem Bruder Mesau dort mal gegangen ist, in der Situation, wo jetzt da der Bibelfers eben davon handelt. Aber das merkt man nicht auch so. Also mir passiert das gerne, eine Jugendsünde, die ich gemacht habe, irgendwann passiert mir das Gleiche, was ich früher irgendwie ohne Grossstudiere irgendwie gemacht habe, irgendwie vielleicht auch mit einer gewissen jugendlichen Arroganz durchleben und irgendwann spürst du es dann selber, irgendwann kommt der Bumerang zurück. Ich habe will, ich sage, es ist wie ein Bumerang, man kann ihn schon sehr weit wegwerfen, vielleicht sogar verdrängen und es ist nicht ausgeschlossen, dass er dann hin und wieder mal zurückkommt. Und ja, die Frage ist, ob es jedes Mal der Bumerang braucht oder ob man auch vorher schon etwas kann daraus lernen. Danke Josias, extrem interessant war. Wir könnten stundenlang weiter diskutieren, aber eben nur über diese Szene da. Es ist wirklich spannend, ich finde darum auch ein Hoch auf das Alte Testament, es ist so menschlich, es ist so, wir können uns so dort drin finden und es ist auch nicht einfach so auf einer einfachen moralischen Ebene, das darfst du und Sepp, darfst du nicht. Es zeigt vielleicht auch die archaischsteufe vom Mensch. Absolut. Danke dir Josias. Gerne geschehen, tschüss, Chris. It's Your Bible mit dem Pfarrer Josias Burger und dem Moderator Christrauch im Auftrag von der evangelisch reformierten Landeskirche Graubünden.